Hallo liebe Sternenfreunde, die Monatshoroskope für den Juli sind jetzt online. Es wird spannend, denn wir erleben eine partielle Sonnenfinsternis und eine totale Mondfinsternis. Was das für euer Beziehungsleben bedeutet und wer im Juli besonders auf sich Acht geben muss, das und mehr erfahrt ihr in meinen Horoskop-Videos. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch zu gewinnen, denn die neue Auflage als Taschenbuch ist erschienen. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal.